doch die letzte runde die wir jetzt live machen aber nur nicht die letzte runde dass wir nicht mehr weiter spielen natürlich bin jetzt weiter weil ich muss ja irgendwie heute die aufgabe fertig bekommen jetzt weiß ich aber nicht bis zwei drei uhr die aufgabe fertig bekommt das video muss morgen blau waffen challenge ihr dürft mich heilen aber ich darf mich selber nicht schaue mit medizin direkt schon mal koppelkomm direkt schon mal koppelkomm jetzt ich hier 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 Das ist die riesige Brüse. Das ist alles eine Schlimmversuchung. Ah, der, nein. Diese Ohr. Die Schlimmversuchung. Die Räuber verhindert. Kein Messer ist einer ganz Kuss. Die Schlimmversuchung. Ich bin der Schloss der Stoff. Nein, das ist alles die Musik. Anders haben wir einen Schloss. Der Ball hat die Schlimmversuchung. Down. Hast du einfach was das? Darf ich alles nehmen? Ja, die Verheilung sind, darf ich nicht. Jetzt rein scheunen, ich bin ohne, nur ich, deswegen, mal gucken. Danke, 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 sehr nett. Danke. 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 Ich fische mich an jetzt. Ich fische mich an. Ich fische mich an. Ich fische mich an. Ende Treizehnung. Ich fische mich an. Blauer Fischer. Brauer Fischer. Brauer Fischer. Schnapp! Schnapp! Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... ich habe jetzt mal geguckt, dass ich immer so abwechselnd Spiele mache mit Selina natürlich schnell mit Matches, keine Frage und dann gegen Abend immer ein Livestream mache, wo ich dann einfach mit den Spielen spiele. 1, 2, 3, 3 7 Western 4, 1, 2, 3 8 3, 2, 3 Ich hab dich jetzt hier. christopher und wenn dann die leute die krebs nehmen dann verkacken die hallöchen Hammel. Das geht ab. Lass versuchen aufs Haus zu gehen. Die einzige Möglichkeit gerade irgendwie mit dem Armin lange schon besorgen. Das sind alle oben, aber egal. Maximilian Lang. Dankeschön. Oha, Maximilian. Dankeschön für das Confetti. Thank you very much. Ich hab das gerade eben erst gesehen. Danke. Oha, danke, danke. Seht das halt nicht. Danke. Ich bin einfach ein bisschen. Ich bin einfach ein bisschen zu sein. Ich glaube nicht mehr bei mir. Die machen jetzt die letzte. Oh, morgens definitiv. Oh, morgens definitiv. Oh, morgens definitiv. Oh, morgens definitiv. Machen die jetzt auch irgendwie blaue Waffen, spielen die jetzt doch nicht. Ich hab auch gedacht. Ich hab schon gedacht. Komm mit Christopher. Oh mein Gott. Wir müssen die Runde gewinnen, Christopher. Komm zu mir nach oben. Nein, kommt hier noch ein. Nein, mach doch. Nein, mach doch. was war ich mich bloß nicht runter liebe leute ich habe es euch gesagt ich habe es euch gesagt einzelnen chat keiner getan liebe leute wir haben den epischen sieg in der tasche nur mit blauen waffen haben wir das jetzt geschafft ich bedanke mich für jeden einigen wo ich zugeschaut hat in der letzten runde schafft man es halt immer für jetzt alle wo ihr jetzt hier drinne seid und habt auch mal mitzuspielen einfach unter fasca benster überall ich habe überall den gleichen name einfach gerne durchbeugen auf youtube kommt das video jetzt seht morgen geschnitten aber auch nur das interessanteste da natürlich rein habt ihr mal bock oder sonst was wie gesagt schickt einfach anfragen wenn ich mal online sein sollte oder es soll mal online sein hier auf tik tok einfach mal fragen hey pascal darf man mitspielen ich nehme alles was ich hier spiele auf und werde bis dann auf youtube oder pascal benster natürlich hochladen bis dann euer pascal hat rein bis zum nächsten mal jetzt heißt pascal benster wir haben erwischen sie geschafft die leute aus